Hallöchen, ähm, hi. Wisst ihr, ihr könnt, ihr könnt einfach nicht schlafen. Ihr schnarcht die G... Schnarchen? Du schnarchst selber. Wo ist er denn? Wo ist Tops denn? Hä? Tops? Hier ist ein Geheimgang. Was? Nein. Wir stecken alle unter Ballonfest, hat jemand ein Spielzeug. Ich kann nicht sehen. Afflo baut uns frei. Yes. Leute, erstmal Ahoi und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Minecraft. Und damit willkommen zurück auf unserer Monsterinsel. Beziehungsweise, wir gucken mal, ob wir hier wieder ein Portal finden. Hier gibt es richtig schöne Biome. Zuerst hole ich mir die Items. Was? Nein, nein, nicht die Items. Items? Nein. Hups, gott ihr alles? Nein, das ist gar nicht wahr. Goldschäpfel? Einspruchenbrett? Kartoffeln? Warum haben wir Kartoffeln? Rosen, ich habe Rosen. Ihr müsst euch beide in den Feierschutztrank nehmen. Lütra haben wir. Hier, easy. Okay, okay, ich habe alles, habe alles, habe alles. Du hast Hosen? Tops mit meiner. Ich habe ein Sprungbrett bekommen. Was mache ich damit? Können wir damit rumspringen? Vielleicht hast du damit ein. Warte mal. Du bist auf dem Spulkan. Warte mal. Wer hat sich zuerst traut. Okay. Warte, ich würde an deiner Stelle einen Feierschutztrank trinken. Also, da waren ja welche. Ah? Da geht's wohin? Warte, im Ernst? Nö. Geht's hier tiefer? Oh nein, ich sehe nichts mehr. Oh Gott, wie komme ich jetzt wieder hoch? Komme ich wieder hoch? Ja, einfach noch, einfach die Lär-Taste drücken. Jetzt bin ich oben. Du schaffst es. Ach so, ich fliege gerade mit der Elytra. Ich fliege. Okay, das ist ein Problem. Ah, ich bin draußen. Lebt meine Elytra noch? Ja, die lebt noch. Die hat Haltbarkeit 3. Und wir haben Feierschutztrankintus. Ich bucke jetzt raus. Ich weiß es nicht. Ich muss so hochkommen. Uh. Du musst dich hochbauen am besten. Nö, ich habe Feuerwerke noch. Stimmt, wir haben Feuerwerke. Warte, da hinten ist was. Wollen wir da mal hinfliegen? Da ist so eine Art... Ich glaube, das ist ein Portal. Da hinten ist ein Portal. Komm mal mit hier. Okay. 3, 2, 1, 1. Und in die andere Richtung. Ah, zack. Woo. Hier vorne, guck mal. Ach, da meinst du? Hier. Yes. Ah, nein. Oh, Leute. Ich kann echt nicht gut fliegen. Kommt ihr mit? Uh. Da ist Flo. Wo ist Tops? Tops hat glaube ich keine Elytra, oder? Ich habe einen, aber ich weiß nicht, wo Leute langen müssen. Aber da, da sehe ich es. Gute Frage. Gute Frage. Yay. Oh, guck mal. Hier ist ein Portal, wo wir reingehen. Hey, ist das echt ein Portal oder ist das eine Wolle? Nein, das läuft ein Portal, oder? Okay, das ist ein Portal, oder? 3, 2, 1, und? Wir sind da. Wirklich? Ja. Wir sind gelandet. Hier sind Schweine. Hier sind einfach Schweine. Und Kühe. Das ist eine Wollwelt. Das ist echt eine Wollwelt. Oh Gott, nicht runterfallen. Moment mal. Komm, ich will mal gucken, wo wir hier... Warte, zack. Und? Hier rüber? Vielleicht können wir mal nach oben schauen und haben einen kleinen Ausblick. Hier ist was. Tops, bist du da? Ja, ich bin da. Wo ist Flo? Wir haben Flo verloren. Was? Kommt nicht angeflogen. Warte, ich soll nicht gleich da sein. Ach so, okay. Flo kommt von oben. Geflogen. Okay, pass auf mich, Juridenwarnung. Ah, da ist er. Ich fand ja alles gut. Ja. Was? Ein bisschen den Kopf verschieben. Nein, das sind Ziegelsteine in Ruhe, Tops. Warum? Verhofft die Ziegelsteine zu fressen. Warte mal, was? Moment, Moment. Hier sind Zombie-Pic-Man. Aber in der richtigen Welt? Ist das normal? Das ist überhaupt keine richtige Welt. Guck dir doch mal die Welt an, oder? Wieso rennt hier alles rum? Äh, hallo, schönen guten Tag, Sir. Wie geht's Ihnen? Oh, die Kinder drehen schon durch. Wieso drehen die Kinder durch? Kannst du uns vielleicht Pilze von draußen holen? Äh, ja, können wir machen. Haben sie so einen Hunger, oder was? Ja, all unsere Karotten wurden geklaut. Und jetzt müssen wir uns mit Pilzsuppen begnügen. Äh, okay. Ich, äh, hole den Pilz. Lol. Ich bin versteckt. Ja, du bist... Ich glaube, dein Gehirn hat sich versteckt. Ja. Du musst es mal suchen. Lass mal ein paar Pilze holen. Warte, was? Der Pilz greift mich an! Ah! Der Pilz ist aggressiv! Moment. Äh, okay. Äh. Mach du was! Tut mir leid! Hilfe! Tut mir leid! Ich lauf hin! Ey, ich glaube, das mit den Pilzen loslassen wir lieber. Äh, tut mir leid, Familie Schwein. Ich kann jetzt leider keine Pilze besorgen. Äh, mach das mal selber. Ich hab drauf bekommen! Was ist hier noch? Hier ist so ein Weg. Lass uns mal hier nach hinten gehen. Was ist das hier? Hier ist ein Turm. Okay. Hallo? Kommt ihr mit? Da sind die beiden. Habt ihr die Pilze besiegt? Ja. Okay, lass mal Knopfen. Knopfen vor allem. Lass mal Knopfen, Tops. Okay. Hallo? Okay, ich geh alleine rein. Äh. Hallo? Äh. Was machen Sie da? Warum rennen Sie im Kreis? Man! Hallo? Ich rede mit Ihnen! Sir! Äh, achso. Sir? Hast du meinen Besen gesehen? Äh, nee. Hab ich nicht. Oh, hilf mir bitte, meinen Besen zu finden. Okay. Was ist denn passiert? Ich hab das Gefühl, ein Monster hat ihn geklaut. Das ist nur Flo. Keine Sorge. Okay. Wahrscheinlich, ja. Ihr Besen. Vielleicht ist er hier in der Kiste. Nee, da ist nichts drin. Okay, komm, komm. Sie will sauber machen. Sie brauchen Besen. Wir müssen ihren Besen finden. Und die Karotten wurden auch geklaut. Hier scheint scheinbar einiges geklaut zu werden. Ja, aber wer würde sowas klauen? Weiß ich nicht. Vielleicht einfach keine sichere Gegend hier. Ich mein, wir sind hier mitten im Wald. Vielleicht ein Werwolf. Frisches Essen. Frisches Essen. Top, siehst du frisches Essen. Herr, frisch ist es nicht aus. Nee, ne? Viel Spaß dabei. Ich hab vorher nicht gerotten. Hier sieht's voll schön aus. Oh, die bewegt sich. Blumen nicht berühren. Vorsicht, bissig. Pass auf. Ich glaub aber... Nee, die sind nett, oder? Hallo. Hier ist ein Enderman. Ähm. Hi, Sir. Schönen guten Tag. Hallo. Heute alles zum Preis einer Enderperle. Äh, okay. Ich glaub, ich geb ihm mal eine Enderperle. Gib ihm mal. Okay. Äh. Hier, Sir. Ich hab hier, ich hab hier eine Enderperle für sie. Äh, hab ich frisch gefangen. Äh, äh. Oh ja, hervorragend. Gutes Geschäft. Äh, dann nehm ich mir mal die Sachen, ne? Okay. Okay, okay. Ich glaub, das ist legal, was wir hier machen. Lauf! Was? Was? Nein! Lauf! Lauf! Lauf, versteckt euch! Ah, ich versteck mich hier hinter der Kiste. Schau mal. Was? Pass auf, hier. Hier. Familie Zombie. Bissiger Hund? Wo ist denn der bissige Hund? Wolle? Alles leer. Hier ist der bissige Hund, Tops. Warte, was? Der ist mal von dem Schild. Hä, ich kann die Kiste nicht aufmachen. Hä, kann einer von euch die Kiste aufmachen? Das ist keine Kiste! Das ist keine Kiste! Nein, das ist der bissige Hund! Das ist der... Ja, das ist der bissige Hund, glaube ich. Das ist ein kistiger Hund. Die bissige Kiste. Ey, pack mal die Kiste weg! Hallo. Ich geh mal ins Haus rein. Hallo Schaf, wie geht's dir? Es ist ja wie Schinken und guckt hier durch die Wand. Oh. Äh. Hallo. Guten Tag. Äh. Hi Sir, was machen sie denn hier? Oh, den ganzen Tag mache ich Geschäfte und alles ist umsonst. Wieso? Was ist denn los? Immer diese blöden Wolldiebe. Okay. Wolldiebe? Deswegen ist die Wolle. Was ist hier passiert? Jemand hat unsere Wolle gestohlen. Womit sollen wir uns jetzt noch anziehen? Ah, stimmt. Ihre Klamotten sind ganz schön zerrissen. Ich sehe das schon. Mom, sie brauchen dringend mal was Neues hier. Ah. Stimmt, hier sind doch super viele Schafe. Hier haben die doch eigentlich genug Wolle, oder? Ich denke nämlich schon. Wie komme ich jetzt hier raus? Top. Hallo. Easy. Du musst wieder hier da. Wo du reingekommen bist, musst du wieder... Ja, hier. Oder so. Du gibst... Okay, ich wollte gerade sagen, du schaffst die Möglichkeit auszubrechen. Nein, ich wollte die nicht zum Ausbrechen bringen. Obwohl, eigentlich dürften die raus. Ah. Oh Gott. Aber Easy, damit nimmst du den Leuten die Dings-Bumster damit, dann können die... Die Dings-Bumster nehme ich denen. Oh nein, die brauchen diese Dings-Bumster. Hier ist noch eine Familie. Warte mal, was wurde jetzt schon alles geklaut? Wir hatten Karotten. Seht ihr irgendeine Muster? Nee, Pilze. Also warte. Ja, Karotten. Karotten. Wolle. Und der Besen. Kartoffeln. Aber was hat das alles miteinander zu tun? Ich... Pass auf. Familie Troll. Was denn? Hier ist eine Trolle. Okay. Hallo? Ah. Noch nie einen Troll gesehen? Äh. Nur im Internet. Siehst du? Wir dürfen gar keine Angst haben. Die sind eigentlich nett. Äh. Schlagt ihr gerade den Troll oder schlagt ihr euch gegenseitig? Oh, hier ist ein Baby-Troll. Der ist voll süß. Naja, nicht so süß. Hallo, kleiner Baby-Troll. Was läuft hier so? Mami und Papi sind furchtbar sauer. Jemand hat unser Gold geklaut. Oh, was wird jetzt aus meinem Rentenfonds? Watt? Ja, was wird aus deinem Rentenfonds? Ja, wirklich. Weiß ich auch nicht. Was wird aus den Aktien? Stimmt. Oh. Nein, das Ganze... Ah, nein. Es ist raus. Hast du was vorgemacht? Jetzt kann Flo nicht mehr raus. Oh, warte mal. Ich glaube, geht das ersticken? Nein. Oh, was. Nein, nein, nein. Mach das weg. Geht sich gut. Oh, mein Gott. Okay. Oh, nein, armer Flo. Nein, ich bin mir nicht. Oh, weil hier ist jemand. Das ist, glaube ich, der Papa-Troll. Hallo. Äh, Mama-Troll. Oh. Mein armer Sohn, was wird nun aus seiner Zukunft? Das waren bestimmt die Räuber die Straße runter. Äh. Die Räuber die Straße runter. Warte, weiter. Meint ihr, die haben alles geklaut? Da vorne sind Leute. Hier, Troll. Das ist ein Diebe. Oh, mein Gott. Das ist ein Räuber. Warte mal. Oh Gott, da ist so ein richtiger Minotaurus oder sowas, ne? Guck mal, da ist ein Zebra. Was? Sie sind nicht selber, das ist ein Zebra. Nein, guck mal da. Ich gehe mal mit ihr reden. Vielleicht sind die ja nicht. Schönen guten Tag. Hallo. Wie geht es Ihnen so hier mit Ihrem Feu... Oh, Entschuldigung. Wollte ich jetzt eigentlich nicht. Mami, meine Rüstung wurde gestohlen. Was? Ich bin nicht deine Mami. Das waren bestimmt diese gemeinen Trolle. Die sind immer so fies. Wääh. Warte mal, wer war es jetzt? Ich glaube nicht die, oder? Hi, hast du eine Ahnung? Riechst du die Karotten? Sie können nicht weit sein. Äh. Okay, dir fehlt irgendwie ein Schikiefer. Hier führt ein Weg weiter? Hier so ein kleiner Pfad, oder? Warte mal, was ist das? Pass auf, ich glaube, das sind die echten Diebe. Meinst du? Warte mal. Ich schleife mich mal ran. Ich bin gut in Diplomatie, Izzy. Lass mich mit denen reden. Okay, red du mit denen. Ich, ich. Guck von hier. Oh nein. Ihr kriegt das Zeug nie wieder. Ey, ich glaube, der wird aggressiv. Für die Horde. Ah. Für die Horde. Für welche Horde? Oh Gott. Ey, hast du alle Sachen geklaut, Kollege? Kann das sein? Ich glaube, der hat bestimmt alles. Wir müssen ihn besiegen. Der hat uns bestimmt gesehen. Yes. Oh mein Gott. Wolle. Ich habe Wolle. Ich habe Wolle. Was hat hier? Ich habe die Karotten. Karotten. Hier ist noch mehr Wolle. Das ist Gold. Hier ist Gold. Ja, nice. Wir haben alle Sachen wieder gefunden. Izzy, komm her. Ich kann dir die Sachen geben. Ey, Izzy. Ich glaube, die ganze Welt brennt ab, wenn ich das mache. Es brennt die ganze Welt ab. Immer noch haben wir die Welt gerade gerettet, indem wir die Wolle gefunden haben und den ganzen Kram und jetzt fackelt Flo hier alles ab. Wenn es euch gefallen hat, dann lasst ein Like auf diesem Video da. Schaut bei den anderen beiden vorbei. Wir sehen uns dann morgen um 15 Uhr in einer neuen Folge. Bis dann, ich habe noch einen wundervollen Tag. Und auf Star la Pasta.